also ich muss das ja noch starten nichts ist für die ewigkeit nichts ist wie es war nur für uns als kompoten schon lange lange da die menschen warum es böse onkels gibt so hallo und herzlich willkommen hier zu einem live stream wir spielen wieder lässt wie immer und diesmal so dass windows zeichnen jetzt wieder na gut wir werden erstmal gucken wie wir das alles starten werden ja auf jeden fall begrüße ich sehr wahrscheinlich die ich muss ja erst mal den uc mit starten und ich werde jetzt erst mal die ersten zuschauer begrüßen warte moment 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 zero gamer hallo und schön dass du dabei bist so wo waren wir denn stehen wir mal verursachen ach so ja wir wollen ja mal krass stimmt ja mit mengele auch du ja wir machen das mit dem mengele kann man weil wir natürlich auch wir werden natürlich auch die messer abnutzen wollen und da wir die messer abnutzen wollen werde ich jetzt natürlich auch mit mengele weiter mal krass waren die meisten meisten mussten müsste ich natürlich auch auf jeden fall wenn wir jetzt weiter hier hier steht röscher ist lohnerhof hier ja aussieht zum teil jetzt so aus naja naja ist egal so die hühner gehen ohne durch die wir nicht sonst gibt es heute abend hühner zu essen ja gut entschuldigung wenn ich jetzt so hoch ziehe ich bin ein bisschen erkältet ich weiß auch nicht was mit dem los ist ob irgendwas mit mir nicht stimmt das kann ich mal nicht sagen auf jeden fall ja hier haben wir heute gemacht da die koppel eine koppel vorher da war auf die wiese hatte er hat die g4 mit was sagen wir die bauern damit gekriegt ja 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 gut dass du so einschreibst also ja es gibt ein paar probleme ich habe den nightboard eingestellt alles soweit aber er funktioniert nicht er geht irgendwie macht er irgendwie paar mucken also ich ich habe alles eingestellt aber er will nicht er will absolut nicht ich weiß auch nicht was mit ihm los ist also wir waren auf den anderen kommen ach ja so hier ja kann sein dass wir nachher ein bisschen forst machen nach dem krass fahren aber das kann ein bisschen dauern ja hier steht der dreschern noch ja ich habe ihn hingestellt als getreide also die gäste ist nur nicht reif ich weiß auch nicht warum äh ist halt so ist halt so ist halt so ne und ich muss ja nicht unbedingt den nightboard haben was ist ja relativ egal guck mal ich hab wenn ich irgendwie über 100 zuschauer hätte oder so dann natürlich ja dann müsste der nightboard natürlich arbeiten jetzt ne aber ja habe ich ja nicht also wird ein bisschen lauft jetzt nicht so ein bisschen ne er macht gar nichts er macht ich habe alles eingestellt aber er schreibt nicht sonst hätte er jetzt schon von ein paar minuten sekunden schreiben müssen wenn ihr mich unterstützen wollt dann abonniert mich oder gibt einen daumen oder so aber ist halt egal ich kann das auch selber machen das ist waldraut moin und schön dass du dabei bist was geht ab natürlich es geht alles ab also hier ls zocken natürlich wollen ne wie jeden Tag so wir wollen uns ein messer natürlich abnützen wir haben schon 8,75 prozent messer genutzt ja das geht ja immer hoch ne also ich hoffe ich komme auf 10 was ich sehr wahrscheinlich machen werde und ich will ich möchte ich möchte auch natürlich auch stroh machen strohfeiomelade ich habe alles schon probiert alles alles geht nicht keine ahnung also ich habe hier zwei youtuber die fragen könnte den einen habe ich schon gefragt der hat auch keine ahnung ne 3 habe ich der eine hat gesagt ja mach das mal hol ihn wieder raus und mach das nochmal und so vielleicht hilf es dir nochmal oder vielleicht hilf es dir dann habe ich gemacht geht immer noch nicht also das ist ja relativ egal ich kann ihn ja einstellen wir über 100 äh hier dings hab oder so hier über 100 äh zuschauer oder was na das ist jetzt völlig also ich finde ich finde das ist total egal finde ich jedenfalls ja habe ich alles zurück immer alles habe ich gemacht schön dass du mir weiterhelfen willst aber ich habe alles leider gemacht schon sonst hätte ich da schon längst ich habe alles alles ne kann vermutlich sein dass er auf ich habe zwar auf youtube angemeldet aber es kann sein dass er roms bin und auf twitter ist ja gut wenn ich jetzt auf twitch streamen würde ist natürlich auch ein bisschen besser werden aber auf twitch immer zu streamen das ist natürlich auch ein bisschen blöd ja es ist immer so ne also ja meine oma war gerade ja gute nacht gesagt ist immer so die schleichen hier rein weißt du und dann weißt du gar nicht ob du ein video machst oder so oder live stream oder was weiß ich und dann schleichen sie hier rein und dann hast du eben jetzt dahinter ne sowas sowieso wie sie hier ja ich weiß es auch nicht also zwei kommen wir ja noch nacht ne ach du guck oh zehn kriege ich nach hause zwei schwaben ich glaube ich muss hier nochmal hin ach du schuss na gut wir werden das sehen also wir werden jetzt erstmal dieses krass einsammeln dann werden wir natürlich äh zunächst kommen wir fahren ne das ist auch klar ne zwei kommen wir noch vor mir josephine ahrens moin und schön dass du dabei bist da hoch sch zu ich bin gerade gefahren das ist ja natürlich spitzenleister ja ich schreibe zwischendurch im check das was der nightbot machen sollte weil ich natürlich die streams hochladen möchte ja vielen dank so 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 man kann hier irgendwann mit gülle rauf ja gut das war natürlich jetzt vielen dank vielen dank vielen dank ihr seid die maschinen das ist ja ein däumchen ist immer ein träumchen das wisst ihr doch und dann aber ist ein traum von marcy das was die maschinen kommt nix da kommt gestern auch nix so natürlich wenn ich die 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 sagt man schnell wenn ich auch wenn ich das weg habe dann könnte ich ja eigentlich ein hexer kaufen ich hab doch schon eine ja ich hab doch schon hekt man könnte eigentlich schon anfangen die eine komme meist abzuhauen oder ich fang mit dem drescher los ja ja je alter aber haha geil na gut aber er läuft auf englisch ne das ist natürlich ein bisschen viele duggies sie sind der geilste nightbot der welt alle ja jemand das sehe ich jetzt zum ersten mal dass er geht ne alter nice ja das war ja ich bin meistens nicht so das multiplayer typ ich muss mal kurz einstellen ich will ihn auf deutsch kriegen aber ich weiß nicht warum er denn ja keine ist jetzt ein kurzen schwarzes bild hin weil ich noch mal kurz was machen will ja jemand aber er geht ja wenigstens das ist natürlich ein bisschen gut ja alter Vielen Dank. Ich mach gleich weiter. Ich muss kurz damit er... Äh... Alter... Ja, natürlich ist das natürlich jetzt so eine Frage, wie du das machen sollst, weißt du? Das ist natürlich... für den du auf Deutsch... raufhaben willst, ne? Das probierst du nochmal? Ja... Ja, ich... Ja, das ist auf Englisch. Warum ist das auf Englisch? Äh... Ich glaube, er hat so ein paar... Äh... Ich weiß jetzt nicht, warum... Ich... Ich... Vielen Dank. 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 Ja. Oh my God. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Warum? Yeah. 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 Ich Yeah. Ja. On. Yeah. Yeah. das ist die ich jetzt nicht warum hat er kein tun also er nimmt ja ob er ist er auch umzus packen ja du bist du da wenn ich rede das ist das ist das ja und jetzt ja ich weiß nicht warum der ton von ls 17 weg ist also ich habe ihn ja volle rotzern also wenn er bei euch weg ist also bei mir ist natürlich auch ich gucke über ein handy natürlich mit ne also ist ja natürlich vielleicht kann das ja sein dass er ja und ihn ausgestattet hat man immer alles auf den ipod ziehen also ihr könnt ja ja ich müsste mich müsste den ton von ls 17 hören ist egal ist ja wirklich so gleich ist er vor ich bin nicht vor er ist vor der nehmann hör doch mal auf mich zu er mit diesem ton ist immer wieder weg naja kann das die ganze den ganzen stream wieder aufzuhalten und so weil heute ist dienstag heute mache ich ist springen geplant sofort ja ich kann da nichts ich habe den ich gesperrt ich habe das war der neid wurde also ich weiß nicht was er jetzt hat das also tut mir wirklich leid ich war das nicht ich war das wirklich nicht oder ich habe die zehn prozent abgenutzt geschafft mark abgenutte mache schafft ja 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 naja ja 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 und hr ja an mir liegt das nie so hier fahren wir hoch also das silo ist es geht so geworden können wir noch mal ein bisschen besser machen ja gut ich habe jetzt keine lust auf schieben weil mache ich hier nur hier rein und dann habe ich da nicht da habe ich keine lust so sieht er ja eigentlich auch perfekt aus ja die grafik ist wieder da tun wir sonst müsst ihr mal auf die drei punkte gehen und dann auf 480p wenn ihr die oben habt oder es liegt jetzt an mir dass ich wenn ich das macht dann geht das bereich keine hau ich habe das jetzt gemacht müsst ihr mal sehen also bei mir ist jetzt die grafik gut was sie das baue hier ist oder auch so ich bin gleich für euch wieder da ne ich bin wirklich ich muss kurz rüber gehen mehr was zu trinken und ich habe richtig was im hals so bis gleich abonhi so dann e Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt bin ich wieder da. Oh, ey. Mir hat das so in den Hals weh getan, ey. Das geht gar nicht. Das geht so aus von gar nicht. Ob, aber sie... Ich hab natürlich... Kann ich euch jetzt mal zeigen? Ich weiß nicht, ob das jetzt geht. Doch, hier. Ich hab natürlich diesen kaputten Reparieren-Mod drin. Guck mal, jetzt hab ich ihn wieder. Kein natürlich... Boah, Alter. Ist er auch eher schon kaputt? Nö. Warum hab ich ihn kaputtgefahren? Kann sein, dass ich hier immer so... Ja, die Hühner kaputtfahre. Na gut, ist egal. Ist egal, ist egal. Ja, kann sein, dass ich irgendwo mal ein bisschen gegen Schrader, weißt du? So wie gegen die Balle, weißt du? Keine Ahnung, warum das... Ich glaube nicht, Sau. Achso, ich wollte mir doch noch einen Mod runterladen. Ach. Ja, mach ich nachher. Diesen Fahrgassen-Mod, oder wie der da heißt. Ja, mach ich nachher. Simon, moin, und schön, dass du dabei bist. Ja, Josephine, ich bin sonst dabei. Natürlich, ich werde ja gewählt. Ich soll ja angeblich geweht werden. Aber ob ich das schaffe, das zu machen, das weiß ich auch nicht. Ob manche das wollen. Ja, dann ist doch gut, wenn du morgen wieder da bist. Mann, Mann, Mann. Aber Simon, jetzt werde ich... krank. So richtig so. Krieg schnupfen, und 1 zu... Hey, hör doch auf. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, ob ich jetzt... Ich kann auch irgendwas. Aber lieber heute krank werden oder so, und dann Samstag wieder gesund werden, als... äh... festtopft. Geh mal ran, drücken wir B, geht erst. Ich bin ein Star. Lass mich hier raus. Ne, lass mich hier raus. Nein, werde ich sowieso nicht, weil ihr sollt ja auf mich, also auf uns wählen. Weil bestimmt findest du uns beiden auch gut als, äh, Jugendgruppenleiter und schnellvertretenden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich... Mir ist es relativ egal. Matze85LP, moin, und schön, dass du dabei bist. So, kriegst du das mit? Kriegst du das mit? Kriegst du das mit? Komm schon. So. Ja, also... Also ich... Ganz ehrlich, ich lass mich überraschen. Wenn... Es so sein wird, wird es so sein. Wenn es nicht so sein wird, dann wird es nicht so sein. Also... Es ist eine Wahl. Das ist... Das ist... Das ist an den Jugendlichen... Also das ist an den Kameraden... Gelassen, ob ihr uns wehen wollt oder nicht. Guck mal, das hat uns, äh, unser Jugendgruppenleiter... Äh... Äh... Ja, nee... Nein, hier, äh... Doch... Jugendwart so... Hat uns auch erklärt, wenn... Sagen wir es mal... Du hast, äh... 21 Leute, ne? So haben 21 Stimmen abgegeben... Äh... Da... Keine Ahnung... 15... Nein... Und... Keine Ahnung... Sagen wir jetzt mal... 16 Jahre oder irgendwie so... Es wird sowieso entpassen. Ich kann kein Mathe, ich wisst ihr. Äh... Ja, dann... 15 Jahre, 16, 9. Deswegen kann man sich selber auch wählen. Und das mache ich in dem Falle, weil es könnte dann theoretisch knapp werden. Also ich werde es sehen. Wenn es, äh... Nichts wird... Dann ist halt so. Also... Ich lasse mich überraschen. Ganz ehrlich. Kann ich dir auch ehrlich sagen. Ich lasse mich überraschen. Äh... Äh... Ja... Muss ich nicht wieder verstopfen lassen. Ich habe keine Lust zum Trecker zu steigen. Hier ist halt schön warm. So wie es aussieht, der Nightbot will mich nicht unterstützen. Deswegen sage ich hier nochmal... Auf dem Abo würde ich mich freuen. Ne, auf dem Daumen würde ich mich natürlich sehr... Ne, freuen. Und auf dem Abo würde ich mich natürlich auch sehr, sehr, sehr freuen. Also wenn ihr mich öfters sehen wollt, oder öfters dabei sein wollt, dann müsst ihr einfach auf Abonnieren klicken und auf die Glocke da nehmen. Dann wird ihr immer von meinen Videos, äh... Benachrichtigt, so wie ihr das kennt, ne? So wie ihr das habt ihr kennt, ne? So wie ihr das habt ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt. So wie ihr habt 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 ihr so heute ist ja mein video rausgekommen neues auf der bindelwache da wir gedroschen ja nur gucken wann wir wieder auf die bindelwache aufschlagen wenn die beiden wiesen noch da ja hier müssen wir nachher sehen dass wir bis zu den stein irgendwie das wegnehmen der gabel so dass natürlich die planer gut das verdächtigen also gut das abdecken kann ja hier ist das natürlich ein bisschen eng deswegen muss ich natürlich immer ein bisschen rückwärts fangen macht nichts kommen wir rum zentimeter ja wir werden bestimmt gleich mit dem wagen oder mieten wenn wir meist waren mit dem fern ist so der fernfeld für war ein bisschen kohle ich habe mir das fenster ein bisschen aufgemacht aber wenn das ich kann nicht ich sitze auch mit t shirt hier in die bühne ist natürlich auch voll also kann das natürlich durchaus sein dass ich auch noch gülle fahren muss hier wie lange ich mache und simon also das freut sich immer noch nicht bis der ofen aus ist also nein keine ahnung bis halb zehn oder so muss ich mal gucken solange wie ihr noch lebt sage ich jetzt mal so also solange ihr aktiv im chat seid oder aktiv zuschauer das müssen wir natürlich immer ein bisschen sehen ja 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 eigentlich schon aber er nervt halt so ein bisschen alles wusste gar 11 abgenutzt schon oha aber ich habe noch ein gleich fertig fertig muss ja landwirtschafts-seminate 2017 kämer das heißt ja ja natürlich morgens um sieben aufstehen um halb acht fährt mein bus dann bin ich um acht da so wie immer jetzt noch mal ich glaube ich meine mich also er schreibt im chat was er will sozusagen spricht aber keine man kann das zeichen vorsetzen und dann ja halt jemanden anschreiben beziehungsweise man kann auch ein ad marcy oder was aber für nächstes mal weiß der landwirtschaftsmodal 2017 gamer das so das ist dann natürlich der rest weil worauf habt ihr jetzt bock das frage ich an den frage an den chat worauf habt ihr bock soll ich dreschen oder ballen aufsammeln oder mais fahren das ist euch überlassen schreibt aus meinem chat rein was ihr lieber sehen wollt ob ich jetzt die beiden einsammeln also sprich stroh und heu oder ob ich jetzt meist war oder ja keine ahnung frage an den chat so 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 mit ihm aktiv was wollte sind na gut das kann ich auch selber entscheiden wenn er es nicht wollte dass ich irgendwie kann auch meist dann werden wir häckseln wenn ihr das so wollt ja dann ist dazu nein er meinte er hat hier den neidwort getestet er geht der neidwort ich bin richtig stolz da habe ich das erste mal gesehen dass er geht heute vielleicht habe ich ja heute so einen guten tag ich weiß es nicht der 6 m der 6 m der 9 m der kleine felder kleine felder kleine ok wenn da rein schwitschen das kann gar nicht sein wir müssen uns ein größerer häckler kaufen dünn dünn nein häcksel habe ich gesagt wenn ich darauf lust habe und das habe ich im moment nicht irgendwie ich so hatte ich ein schneifwerk schon gekauft also vergessen nicht so vergessen das gibt es nicht wenn wir den anhänger gleich mitnehmen können wir ihn gleich vorher häckseln dann leuchten er an aber dann kann den Lohn auch kriegen du der anhänger den Lohn auch zu fassen kriegt oder er und kommen wir rüber stellte sich an du das gibt's von mir nee wir wollen die silo sein vor kriegen dann hekt sich die koppel mais hier die beiden sollen wir morgen auf sprich oder heute noch kann sehr wahrscheinlich sagen dass ich heute noch ein video macht von bayern sammeln auf ursüchen oder was weiß ich vom ziel abdecken oder was müssen sehen schieber auf rösser aus dazu ich habe das alte gps tun warum das sind aber ich habe in den ertragsmotor ich gehe ich gehe alle dann geht so viel kommen 25 prozent schon das ist wahnsinn das ist wirklich wahnsinn was ihr hier reinkommt der ist gleich voll geht aber sind mir hin das weiß ich jetzt nicht wenn ich dann müssen wir uns nach dem häxler holen aber eigentlich muss das gehen bei vielen dingen ist es vorbei also gut hmm mit der mutter habs so ist das stark so gucken was wir die frauen nicht mitkriegen und so oder sehr schon abends ja wir müssen zusehen dass wir wenigstens ein paar futter mais da mal rein kriegen oder die ganze koppel mais auf jeden fall so dass wir ja nur verdichten dann zeit auf schnell machen also zeit auf rasen weil ich wollte eigentlich das ist ja ja weiß ich auch nicht ja forsten müssen wir natürlich auch machen aber muss ich geld jetzt noch in der hau oder doch können wir machen aber erst mal weg müssen wir sehen so nun kämpfer nun ist wir haben so richtiges her und diese e all der schwelle immer der hat der sehr groß und trotzdem ja gut sollte weil hier würde ja auch ein paar bäume oder hier so ein bisschen und dann neue anpflanzen also weiß ich nicht aber dann muss die straße gesperrt sein und so auf der haubert pass so glaube ich kann das erste muss man nicht drinnen dann wäre ich jetzt so richtig gegoogelt so jetzt nur so das ist ja die hähne sind mir sowieso egal weil du stießt da so ein bisschen im weg aber eigentlich müsste das noch mal so ein bisschen klack geschoben werden da oben und sorgen d merkt euch das ersten wagen immer an die wand fahren nix hochschieben gar nix einfach nur an die wand fahren verbreitet sich den sie auch ist gut so viel machen das anders und jetzt gucken wir mal was die küracht schweine natürlich dasselbe und milch wie viel haben wir mich gut ich habe ein bisschen miss gebaut soll ich euch so wenn jetzt natürlich erstmal die troste machen bei beiden bei schwein und kühn wenn wir ein bisschen forst machen mal was ich vergessen habe ich will ja auch ich möchte ja auch ein paar woanders ein paar maisfelder machen und ich habe im multiplayer habe ich schon gemerkt dass der häxler überall stehen geblieben ist oder hängen geblieben ist und das will ich vermeiden und da will ich mit zwei bürger weg haben und das machen wir gleich zuerst bevor es weiter geht mit mais von hier bin ich die ganze zeit immer hängen geblieben aber heute wohl anscheinend wohl nicht und gleich müsste sich das eigentlich genau außer recht ist ich mache mal eben die luke zu also die fenster zu mir bis gleich so wie gesagt wir werden jetzt kommen uns die genau platz über objekte dann mit den häxler ja natürlich ich habe keine lust am oder ich könnte natürlich auch ja die die wollen wir nicht da die will ich nicht aber wo war's da stellen wir hin gehen wir da zu fuß hin ich hab dazu der steht ja nicht ja doch die wohnung der neue stelle dann müssen wir später alle hier an die ganze reihe wegnehmen und dann sehen wir dann andere kann oder versichern müssen wir sehen so ja sind die nun echt oder spielen sie nur wir sind tatsächlich echt und wenn auch auch klar ein kopf genau zudem aber da wäre die eine hause während ja wie die die bäume müssen weg wie gesagt also ich krieg da die krise und die sind auch leicht die kannst du geben wir werden sie nur fällen die bäume wir werden das nicht in den hacker tun kommen weil ich hau das geld runter wenn wir entweder ein video machen oder noch mal ein live stream machen oder wir lassen es im live stream mal gucken da werde ich so wie bei der g7 machen also ich werde da bäume wegkauen das krasse ist ja auch gewachsen und hacker schmeißen werde ich später machen also dass ich geld kriege oder hakschnittserofen oder was ja auch nicht hier ist überhaupt nur jemand in chat hier ihr seid so ruhig ihr seid wirklich so ruhig ok ich denke ich bin jetzt hier jetzt kommt also das krasse通ste jetzt kommt auch da rein das ich nehme hier nicht bis jetzt viel oder so mit klasse zu schwer ist ich glaube ich war sie macht ich nehme ich verkauf diesen platzibon hacker und kauft dafür oder ich glaube im motto diesen serien ich weiß nicht womit soll ich mit den hakschützen das ist natürlich auch ein bisschen blöd ja verkaufen gut könnte ich machen wir aber nur verkaufen wäre auch eine sache ne zwar habe ich den geld ja gut wir werden sehen ich würde sagen wir kaufen gleich so ein setzer und wenn wir erst mal ein ding setzen gucken ob das hier am gerennen also am rand geht wenn natürlich ja wenn wir das natürlich machen werden wir die ganzen großen bäume weghauen hier die da alle die reihe aber natürlich erstmal die sommer werden das muss noch mal sehen irgendwann wenn ich das machen werde ja wir machen wird wird zu klein in diesen baum nur noch und dann häxeln wir weiter ja forst ist eigentlich nur so eine sache läuft die nase was ist mit mir los was heute zu kalt und dann werden wir natürlich wenn wir diesen hacker haben diesen arm hat ja ich muss dann nachher nochmal irgendwie ordnen hier so ein bisschen größe nach größe laut haben wir das hacker am real leben machte dass er auf dem knick aber ja hier so auf dem knick oder die oder die oder die Vielen Dank. 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 Ja. So. Wenn das natürlich geht, ist es natürlich gut. Ja. Wenn man das so nicht geht, dann lasse ich das. Okay. Okay. Ja. 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 Okay. Okay. Ja. 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 Dann lasse ich ihn hier stehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für's Zuschauen.